Oh, moin moin Leute und herzlich willkommen wieder zurück zur MPBL Spieltag Nr. 5. Ja, gegen den lieben ELE bzw. ELEKTECH9 und ja, also mal eben kurz so nebenbei. Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich kenne den ELE schon lange, also das ist jetzt nicht ein Unbekannter für mich oder so. Der war früher auch auf dem Beezerboard aktiv und sowas, von daher, daher kenne ich den ELE auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Ja, zum Teambuilding, natürlich, was jetzt schon wieder auffällt für alle, ist natürlich ganz klar, die ersten drei Mons sind dieselben. So, das vierte Mon vielleicht auch noch, vom letzten Spieltag, muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber da möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen, worauf ich diesmal genauer eingeben möchte, ist eben nur kurz euch das Team zu zeigen, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, worum es geht und so weiter und so fort und dass das auch nichts Wildes ist. So, das Einzige, was ich auf jeden Fall schon mal hervorheben möchte, ist, Dragerpult ist jetzt an fünf Spieltagen mit fünf verschiedenen Items gespielt worden. Ähm, das möchte ich nur mal so nebenbei erwähnen, also das nochmal zum Thema Variabilität und Dragerpult. Passt auf jeden Fall zusammen. Auf dem Dragerpult fahren wir diesen Spieltag auf jeden Fall Protect, Phantom Force, Dragon Darts und Fly. So, in Kombination mit einem Live-Op und der Fähigkeit Clear Buddy. So, das Investment ist natürlich so, dass man natürlich, wie man schon sieht hier, halt eben unter anderem Zapdos, äh, To-It-Chaot, also auch ein Zapdos, was in, in, äh, Dynamax ist. So, Spectre wiederum killt uns nur zu einer Chance von 6,3 Prozent. Andersrum killen wir Spectre aber auch, außer er hat halt eben ein Sash drauf. So, umgekehrt, wir überleben den Live-Op-Modest von GMAX-Intelion. Wir killen Intelion im Umkehrschluss auch zu einer gewissen Prozentzahl, zu 75 Prozent. Wir killen, ähm, Rionuclis relativ safe, selbst mit einer K-Sieb-Behre. Ja, ansonsten, Spectre ist uns weiterhin gefährlich. Das Einzige, was wir halt gar nicht so ohne vorher angechippt zu haben, ist halt Multiscale Dynamax Dragonite. Gut, aber wie jeder von euch weiß, Multiscale, OP-Fähigkeit, von daher, no shit. So, ja, ähm, ansonsten halt nochmal eben so ein paar Kalks halt eben, wenn dann schon angeschippt worden ist, beziehungsweise wenn kein Multiscale drauf sein sollte und halt eben nochmal für Santa Squad. Ja, das soweit zu Dragapul. Dann gehe ich mal eben über. So, kommen wir auf jeden Fall weiter zu Terrakion. Terrakion dieses Mal mit der Schoppelberry, Protect, Close Combat, Rockslide, X-Sensor, Justified als Fähigkeit. Ähm, Investment seht ihr halt alle, von daher will ich da auch nichts großartig zu sagen. Was ist das Wichtige bei Terrakion diesen Spieltag? Es soll ein bisschen aufräumen, das Problem ist aber, Ela hat halt auch viel zu viel, was Terrakion halt so ein bisschen downshottet. Also, von daher, was man halt auch so ein bisschen gut erkennt, der größte Feind von Terrakion ist in diesem Fall Galazaptos. Und das wird Ele eigentlich zu 99 Prozent bringen. Ähm, von daher, ja. Also, mich würde es wundern, wenn er es nicht bringt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn er es nicht bringt, dann würde es mich echt wundern. Von daher, also, wir haben natürlich alles so gekalkt. Also, ich habe wieder natürlich das Teambuilding zusammen mit Markus gemacht, der mich da auch immer wieder hin unterstützt. Von daher, wir überleben auf jeden Fall den Max Quake in Form von Stomping Tantrum. Ja, glaube ich schon, ja. Dann, äh, Max Knuckle überleben wir auf jeden Fall durch die Shoppleberry. Und Close Combat überleben wir auch gerade so. Umkehrschluss, Terrakion macht natürlich ganz schön Damage mit Life, ach, äh, ohne Life, also mit Rockslide. Auf Zapdos, es war ein Sechshit-KO, aber ist halt immerhin Schaden. So, umgekehrt, Centiscorch wird getuhittet. Obsergun wird fast gewoneshottet. Inteleon wird getuhittet. Rhaenoclis wird getuhittet. Laurentys wird getuhittet. Magnezone wird ein One-Shot eigentlich fast. Und Dragonite ist ein Vorheit-KO. So, das mal zu Terrakion. So, dann auf jeden Fall weiter zu Cliffhary. Bei Cliffhary habe ich eine einzige Bedenke gehabt am Vorhinein beim Teambuilding. Und das war halt eben, ich habe gesagt, diesen Spieltag muss sowohl auf physischer als auch auf spezieller Seite überleben. Ja, ich sage mal so, letzten Spieltag ist halt ein bisschen doof gelaufen gegen Heiji. Ähm, war nicht gut gespielt. A von mir. B haben wir im Teambuilding halt einfach auch wirklich den Copycat ein bisschen außer Acht gelassen. Dementsprechend dieses Mal auf alles wieder zumindest vorbereitet. Dementsprechend sieht man halt eben auch die Kalks bei Dragonite, wie zum Beispiel mit dem Max-Steer-Spike. So, das ist halt ein garantierter Two-Hit-KO, muss man hier garantiert ganz klar dazu sagen. Umgekehrt, Zapdos Two-Hit-Hit uns auch. Umgekehrt macht Cliffhary natürlich mit Null-Investment auch einen safen Three-Hit-KO. Dann, äh, Spektrier ballert auch einen Three-Hit-KO. Dann Max-Fantasm ist ein garantierter Two-Hit-KO. Fassade mit Guts und Burn macht halt eben, äh, ist ein safer Two-Hit-KO. Magnetzone ist ein Two-Hit-KO für, also macht ein Two-Hit-KO aus Cliffhary. Choice-Backs Explode Boomburst ist ein Two-Hit-KO auf Cliffhary. Live Orb Hydrosnipe von G-Max. Inteleon ist halt eben Two-Hit-KO und umgekehrt natürlich macht Cliffhary auf Obstagoon nach Burn-Damage halt immer noch eine Chance zum Two-Hit-KO. Ja, zum Set halt eben ganz standardmäßig mit EvioLight, Friendguard, Protect, Follow-Me, Helpingen und Moonblast. So, alles andere seht ihr halt eben auf der rechten Seite, von daher, ja. Wollen wir auf jeden Fall mal weitergehen eben zu Bishop. So, warum ist Bishop hier drin gelandet? Das ist eine gute Frage. Ja, weil Bishop aus meiner Sicht halt eben doch gut worken könnte. Mh, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Er hat halt nur drei Monats, wo er wirklich Sinn macht reinzukommen. Das sind halt Obstagoon, Zapdos, Inteleon und Rionaclis. Bei allen anderen macht er halt kaum Sinn. Von daher ist hier ein relatives Standard-Set mit Jolly, ist Sash drauf, Defined, halt eben für den Drop, falls wir einen kriegen. Dann mit Protect, Assurance und Psycho-Cut und Break-Break. Und ja, dafür muss es reichen. So, das wäre es dann auch schon wieder zu Bishop. So, kommen wir auf jeden Fall weiter dann zu Golisopod. Golisopod, ja, der ist eigentlich nur zum Revenge-Killen hier. So, der raided halt eben ganz klar Spectre aus dem Leben, sofern er nicht irgendwie voll defensiv investiert ist. Zapdos über, also Zapdos, also wir überleben von Zapdos halt eben auch definitiv ein Move und sind dadurch ein Tool-KO. Und genauso von Inteleon. Also das heißt, Golisopod, wenn dann hier eher so die Aufgabe zum Reinswitchen. Ja, das ist die Aufgabe von Golisopod. Ja, Golisopod an sich mit der Cobra Berry, Protect, Fresh Impressions, Aquajet, Sucker Punch. Ja, Investment seht ihr halt auch und ihr seht halt hier die Kalks dazu. Deswegen wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie das läuft. So, dann kommen wir natürlich zum guter Letzt auf das Grüß Gott von dem Rotomo. So, Rotomo ist natürlich hier schon ein bisschen anders gedacht. Am Anfang war man nicht dafür, dass ich das mit reinnehme. Ich habe nur allerdings gesagt, irgendwie, keine Ahnung, ich fühlte Zapdos, ach, ich fühlte Arctos nicht, ich fühlte Glaciola nicht, ich fühlte Sanaconda nicht, ich fühlte die alle nicht. Und dann habe ich gesagt, irgendwie Rotom fühlt sich schon gut an, auch wenn der nicht so wirklich das bringen kann, was er sonst bringen kann. Aber ich fühle ihn halt eben. So, bei Rotom muss man ganz klar dazu sagen, ist ein Switch in oder kann mit Volt Switch rausgehen bei Zapdos, kann rausgehen mit Volt Switch bei Inteleon. Wiederum muss man natürlich gucken, ja, okay. So, das Problem ist, dann haben wir uns während des Teambuildings dafür entschieden, nee, Volt Switch, nein, macht zu wenig Schaden. Sind dann umgestiegen auf Thunderbolt, allerdings war ich jetzt zu faul, tatsächlich die Volt Switch Kalks rauszunehmen. Dementsprechend habe ich sie jetzt drin gelassen, einfach nur mal eben so für den Vergleich. Und dann sieht man halt eben so, mit dem 36 Spezialangriff sind wir schon auf jeden Fall bei einem 2-Hit-KO auf Dynamax Inteleon. Also von daher ist es schon eine ganze Menge. Umkehrschluss, Galar, Zapdos, Max Airstream ist weiterhin selber 2-Hit-KO. Andersrum, auf Spectre und Reunoclis machen wir definitiv mit dem Shadow Ball ein 2-Hit- und ein 3-Hit-KO. Ja, zum Set, Citrus Berry, Protect, Thunderbolt, Will-O-Wisp und zu Burn, also gerade so Zapdos oder sowas, und den Shadow Ball. So, Leute, ich will euch gar nicht länger auf die große Folter spannen. Ich hoffe auf jeden Fall, das wird ein nicer Spieltag. Das Match trage ich erst, also heute ist Mittwoch, das Video kommt am Freitag hoch und ich spiele aber erst am Donnerstag das Match. Von daher, Leute, bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und ja, was soll ich sonst noch sagen, das war es eigentlich schon. So, von daher, wir sehen uns dann am Freitag, schräg, schräg, Samstag wieder zum NPBL Watchstream. Mann, was habe ich denn heute eigentlich mit meinem Englisch? Ja, zum Watchstream auf jeden Fall wieder. Ja, und ich kann auch nur nochmal an alle empfehlen, kommt bitte auf den Discord-Server. Alle, die diese Videos schauen, kommt auf den Discord-Server, macht beim Tippspiel mit. Und wir sind eine große Community da auf dem NPBL-Discord-Server und da ist immer was los. Von daher, schaut da mal rein, lasst da mal ein bisschen Liebe da, so weiter und so fort. Von daher, Leute, wir sehen uns Samstag wieder. Von daher, ciao. Von daher, Leute, wir sehen uns Samstag wieder.